Herzlich Willkommen zurück zu Folge 31 von Let's Play Super Mario Brothers. Warum habe ich das gerade gesagt? Schaut mal hier. Ich weiß jetzt schon mal ziemlich flash, dass es diesen Raum gibt, wo das Kino läuft. Und dann habe ich diese Röhre gesehen und war hyped. Auf geht's. Ja, wir starten ein One-Player-Game. Mehr geht da nicht. Achso, das ist schon das Level. Ach, und da gibt es sogar Mode zu sammeln. Und es ist tatsächlich das erste Level von Super Mario Brothers. Es ist tatsächlich das erste Level. Es ist die Passage, wo man auf den ersten Goomba trifft. Wo man allgemein auf die ersten Gegner trifft. Wo man seinen ersten Pilz bekommt. Ja, wo man, wie immer man David heißt, schon mal getroffen wird. Verreck gleich mal. Ich will dich ja nicht. Dich will ich aber schon. Stampfattacke gab es ja damals nicht. So, weg mit dir. Nein, falsche Richtung. Oh, mein Herz kommt da raus. Äh, wie kann ich einen töten und danach getroffen werden? So. Es ist einfach so geil. Es ist so richtig retro-Feeling dieses Level zu spielen. Oh, scheiße. Mein Gefühl sagt mir, das hätte ich nicht tun sollen. Ah, nicht, da ist er noch. Der Dritte? Ja. Ich will die Leute unten immer klatschen. Das nenne ich mal Detailarbeit und vor allem Liebe zum Detail. Ach komm. Zweiple mich nicht. Ein dämlicher Mond noch. Das hätten wir wohl noch finden ohne einen dämlichen Gegentreffer. Ach, sag ich nicht, der ist auf der Zielflagge. Hm. Ach, war das so gedacht? Nein, war es nicht. Weil wir haben dann rausgekommen. Ach so, das ist gedacht. Aha. Das ist so gedacht, dass man hier nochmal drauf kann. Und hier nochmal ein Anlauf nimmt. Und in den Mond holt der... Okay, heraussen erscheinen. Schade. Aber es ist aus dem Geil. Und zwar so richtig cool. Und dann geht es weiter nach außen. Die haben das erste Level von Super Mario Bros. gespielt. In Super Mario Odyssey. Äh. Muss ich noch was sagen? Ich denke, das spricht für sich. Mega cool auf jeden Fall. Was ich auch herausgefunden habe, ist, man kann ja diese Leute hier als Sprungbrett benutzen. Und hier oben erscheinen Münzen. Ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber trotzdem irgendwie ganz nett. So, was wir auch nochmal probieren werden, ist der Spacksten da, da vorne. Falls ich ihn überhaupt wieder finde. Haha. Ey, Cabrio! Ja, ich weiß, es ist dein Cabrio. Ist mir aber so richtig scheißegal. Treffen wir es halt, Mario. Los, 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 los! So, jetzt rüber. 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 Nein, das geht sich wieder nicht aus. Was? Fast! Ach komm, ganz ehrlich, scheiß auf den Mund. Wir gehen jetzt zurück zur... Darum gibt es auch noch etwas. Kann ich das anklicken? Nein. Na ja, egal. Zurück zur Odisee. Ich will unbedingt in das neue Gebiet. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Äh. Ich bin gar nicht zur Odisee gegangen, oder? Ich bin zur Flagge. Ich bin ein Idiot. Aber was ist mit dem ganzen Mund passiert? Die wir gesammeln auf 25. Warum werden wir nur so wenig angezeigt? Na ja. Ist jetzt mal egal. So, ich bin gespannt, ob es dort auch Geld gibt. Ein eigenes. Ob es dort einen Boss gibt. Was es dort allgemein gibt. Wieso geh ich da jetzt rein? Bin ich ein Idiot, oder was? Lass mich einfach raus. So, Matsch. Dummheit. Die paar Monde kannst du haben. Jetzt wird ein bisschen größer. Auf nächstes Land. Ja, natürlich. Ich will jetzt ganz gerne auf die finstere Seite des Mondes. Auch wenn ich diesen wunderschönen Ort ungern verlasse. Die Odisee prescht wieder ins All. Finstere Seite. Kaninchenkrater. Und es ist tatsächlich ein Schlemmerland in schwarz-weiß. Und eine wirkliche Aufgabe wieder mit dem Mond. mit der, wo man hier so rumschwebt. Na gut, dann müssen wir uns aber natürlich falscher Leute leben. Auch so klein, damit sie mich auch erkennen. Es war nämlich ein Hund. Und kann ich den behalten? Erkennen es einfach mal ganz Basic Mario. Nein, das ist mal 64 Outfit. Das hier ist ja auch sehr schön, muss man dazu sagen. Ist ja auch recht schick. Okay. So, mal kurz wieder hier rausgehen. Dann das Minus drücken und nachschauen es gibt kein Geld, aber es gibt 24 Monde. also doch einiges. Hm. Dahinter ist gleich mal was. Aber frag mich nicht was. Hm. Was soll ich da doch machen? Was soll ich da machen? Warum kann man, warum gibt es das? Das wird doch einen Sinn haben. Hä? Hä? Das macht ja auch keinen Sinn. Stammvertrag ist ja sowieso eine super Zeitlupe auf dem Mond. Na gut, scheinbar hat es doch keinen Sinn. Auch wenn ich dem nicht ganz Glauben schenken kann. Dann müssen wir das Stromleitung jetzt mal nach unten. So. Ist alles so schwarz-weiß. Äh, ne. Ist nicht euer Ernst, oder? Das erklärt den Begriff Kaninchen. Aber keiner von denen leuchtet verdächtig. Also nehme ich jetzt erstmal für den Anfang an, dass keiner von denen etwas hat. Äh, ja. Was ist da los? Warum kann man da rein? Warum kann man da rein? Ist da was? Nein. Hä? Das ist so ruhig alles da und so tot und so. Totenstille und da ist einfach. Ich sehe gerade echt nichts. Oh, da unten ist was. Sogar mit einer Blume, die uns wieder zurückbringt. Kannst du was kaputt machen, der Hase? Muss der Hase das da auffressen, oder? Dann kann ich die Hase noch und sicherlich nicht kapern. Warum sind überall solche Teile da? Hä? Aber, was haben die denn dann für einen Sinn? Nein. Nein, 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 nein. Nichts. Nichts. Äh, ne. Drehen. Was haben die denn dann für einen Sinn da? Na, vielleicht müssen wir zuerst dann irgendeine Aufgabe erfüllen. Mal schauen. Oh Gott, das muss ja der Endlustreer sein. Äh, nicht, nicht, nein, nein, nein. So. Komm mal her da. Ich sehe hier immer noch keinen einzigen Mond. Kann man hier die Farbe wieder angucken auf dem Kaninchenkrater? Da soll ich dann wohl hingehen. Na gut. Gut. Ich würde sagen, das tun wir mal. In so Krater können wir immer Stamftacke machen, dann passiert was. Ja, eine Münze. Toll. Hat sich ja richtig gelohnt. Wir sagen, wir gehen mal einfach durch, weil wir schnell noch nichts machen können. Und schauen mal. Denn es muss ja hier irgendetwas zu tun geben. Aha. Da kann man nicht rausfallen. Das ist David sicher. Warte mal. Hier gehts noch um. Oh, ne. Ja, aber hier gehts hinein in den Krater. So. Turm im Kaninchenkrater. Oh, ne. Das hört sich wieder nach diesen Vollidioten an. Erste Etage. Ihr lebt noch? Ich dachte, ich hätte euch eliminiert und ihr seid sogar wieder vollständig. Wer kommt zuerst? Der Grüne wieder. Hey, hey. Du hast also wirklich die Hochzeit verhindert. Aber mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst keinen von uns Brosals aufhalten. Dann mal los. Ich will sehen, wie du auf die Nase fällst. Du wieder. Hast du nicht schon zwei-, nein, dreimal gegen mich verloren? Achso, ich muss nur eines von den dämlichen Hüten greifen, gell? Ah, ne. Ich muss dem Kopf springen. Ah, shit. Das ist im All. Nicht so leicht. Wie gedacht. Oh, das ist eigentlich immer am schwierigsten. Und der... Ah, okay. Ich habe sogar den richtigen erwischt. Aber... Lass mich doch in Ruhe mal. Verpiss dich. Deine dämlichen Hüte kannst du dir sparen. Die mag ich nicht. Komm mal her da. Komm her da. Du glaubst, du kannst nicht davonlaufen. Hä? Ja, bist ganz intelligent, gell? Deine dämlichen Hüte mag ich auch nicht. Dreh doch, Käppi, um dich. Schleudern, schleudern, schleudern. Komm her, Käppi. You can do it. Oh, shit. Wenn ich der dämlichen Hüte nicht überall herumfliegen würde... Was hast du für einen scheiß Radius? Oh fuck, geh doch weg da. So, und jetzt hör auf damit. Was? Hä? Wann hat der mich denn berührt? Äh, der hat mich jetzt nimmer berührt. Und wenn ja, warten. Oh, das nervt jetzt am meisten. Dass ich das alles nochmal machen kann. Das ist grad richtig nervig. Aber so richtig. Ich frag mich aber nur so, warum? Ich war doch eigentlich relativ gut dran. Beim ersten Mal ist er easy. So einfach, zack, bäm. Nichts passiert. Dann hol er sich schonmal seine 1000 Hüte zur Verstärkung. Wo er wieder in irgendeinem random drin steckt. Wo er wieder in irgendeinem drin steckt. In irgendeinen, den er noch nicht gefunden hat. Hä? In dem da? Ich habe einen ziemlichen Radius, mit dem ich hier arbeiten kann. Das frisst du. Glaubst du, deine dämlichen Hüte hier helfen dir? Oh, die helfen dir wirklich? Nein, helfen sie nicht. Das war schonmal einiges besser als gerade eben. Schleudern, 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 schleudern. Pro Controller einfach nur im Kreis drehen. Im Kreis drehen. Das habe ich gerade schon gelernt. Diese dämlichen Hüte müssen alle weg. Ach komm, wie weit? Wo bist du? War doch so klar, dass du wieder im letzten bist. Oh Gott, ja. Ich kann ihn einfach nicht steuern, wenn mir diesen dämlichen Hüten da gerade berührt wird. Ich konnte einfach, ich konnte ja gerade nichts machen. So, und jetzt komm her da, du Wichser. So. Oh mein Gott. Jetzt war dieser rote Kreis angezeigt. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Ich hüpfe da neben mir und es passiert aber nichts. Auf jeden Fall ist dieser Brodel damit verschwunden. Wie, kein Mond? Ich will einen Mond. Das ist scheiße unfair. Wo ist mein Mond? Ach komm. So grausam ist das Spiel. Nicht mal eine Heilung oder irgendwas. Zumindest einen Speicherpunkt oder irgendwas. Hm, naja mal schauen. Jetzt geht auf jeden Fall außen weiter. Bergaufrollen war noch nie eine gute Idee. Okay. Und dann sind wir reingekommen. Und da oben geht es weiter. Wahrscheinlich will mich niemand hier heilen. Das ist aber schon ungemein. Wenn mit einem Herz zum nächsten Kampf tatsächlich. Ja komm, sorry aber. Das wird mir als Noob ein bisschen zu viel. Da fressen wir jetzt einfach mal eine Peach Amiibo. Ja, wenn die mal funktioniert, die spinnt irgendwie. Ah ne geht doch. Gut. Ich trete da nicht gegen euch an ohne Heilung. Noch dazu wenn ich dann eventuell alles nochmal machen muss. Das wäre ja noch am schönsten. Wer ist jetzt dran? Ah, du bist es. Nichts ja nett von dir einfach so in unser Land zu platterst. Seit wann ist das euer Land? Kannst du mal auf diese Aktion? Wird Zeit das? Ja komm, die ist glaube ich aber nicht so schwer. Ah, die hat wieder nur ihre dämlichen Kugeln mitgebracht. Bringt die jetzt nicht auf Ur langsam wegen dem All oder so? So. Muss ja einfach nur warten bis ihr ein fettes Zeug da wirft. Ja, jetzt. Und jetzt draufhauen! Genau, so einfach ist es. Die fand ich eigentlich immer als eine von die einfacher... Achso, man muss ja noch im Kopf hüpfen. Hör auf doch schnell zu hüpfen! Also zu laufen! So. Mach hier ja keinen Ärger. Oh shit. Ah, jetzt wird wieder eine ganze Linie Bomben und versucht mich damit auszukreuzen. Aber im Weltall ist das ziemlich schwach tatsächlich. Meiner Meinung nach. Ich finde die Attack im Weltall überhaupt nicht stark. Ich finde eigentlich die ist hier leichter eben durch dieses Weltall, weil du einfach den Sprung in der Luft mir einfach korrigieren kannst. So, jetzt wirft den fetten Bomben da ab. Wo sind sie? Ja, die möchte ich sehen. Oh shit, das war dumm. Komm Mütze, Mütze, Mütze! Die wollen wirklich, dass man alle vier durchrusht in einem, das mach ich sicher nicht. Das könnt ihr euch abschminken. Dazu bin ich einfach zu schlecht. Oh shit! Die Bombenfrau zuckt aus! Und wirft Bomben, was das Zeug hält. Lass mich in Ruhe! Kannst du kein Deutsch? Aber zum Glück vergehen diese Felder eigentlich verhältnismäßig relativ schnell. Darin sind sie natürlich schon ein bisschen ausgekühlt. Ja, muss ich einfach nur wegraufen. Jetzt kommen die Großen, genau, und dann war es das auch wieder mit dir. So, komm her da! Hä? Was? Was war denn jetzt? Äh, kurze Frage, aber was war das gerade? Ich hab einer in eine Bombe drauf geworfen. Also Käppi halt. Dann kommen wir jetzt mal hier mit den großen Teilen da. Jetzt zur Famine geht's! Und ich dann halt auch frage... Warum heißt jetzt? Bei mir ist klar, das war jetzt ein bisschen Noob-Modus, aber... Mit einem Herz und alle durch. Vor allem muss ich aber noch alle neu machen. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Aber das ist schon echt gestört. Das ist echt gestört. Ich verstehe jetzt nicht, was da am Schluss war. Ich finde da war alles richtig. Also eindeutig alles richtig. Aber gut. Das Dreisprung ist natürlich auch nicht verfügbar. Da geht natürlich auch nicht. Na gut. Rein da! Next Room! Nächster... Dritter Etage. Wer ist jetzt dran? Von euch? Der Farbkleckstyp oder der mit seinen 18,6 Milliarden Hüten? Der Farbtyp. Ja, euer Schiff ist süß. Seid zu viert auf einem kleinen Schiff. Ich bin alleine auf einem großen Schiff. Beziehungsweise mit Käppi. Ja, das machst du immer. Und ich gehe dann einfach mit Käppi rein und hitte dich. Das habe ich jetzt schon immer gemacht. Das einzige, wo du dann wirklich gefährlich wirst, ist das hier. Was? Echt? Das bringt ihn dazu, dass er aufhört? Was? Okay, gut. Abwarten. Nächstes Mal abwarten. So, bam! Wieder aufs Maul. Einzige, was ich tun muss, ist ihn wieder kreisen lassen. Ach komm! Was war jetzt? Elgato! Ja, danke Elgato für das Bildschirm rumspacken. Habe ich das mitgekauft? Wie lange will er das eigentlich noch durchziehen? Kannst du mal aufhören, da den Scheiß hier zu machen. Was? Das trifft mich jetzt zwangweise. Oh mein Gott! Jetzt gar nicht... Wenn ich jetzt alles nochmal machen muss, dreh ich durch. Das gibt's nicht! Gut, wirklich Katte, wir sind uns an der Stelle. So, angelangt in der dritten Phase. Oh shit, gehst du jetzt richtig aufs Maul. Was zum... Jetzt hüpft doch! Und jetzt triff ihn! Bam! Oh mein Gott, bin ich gerade aggressiv. Als dritte Etage und dritte Phase vom Boss. Jetzt habe ich noch einen Schaffende. Sorry, aber... Mit wieviel Herzen? Mit vier. Bei zwei Herzen fress ich wieder einen Pitsch. Ich tue mir den Scheiß nicht nochmal an. Das mag eine nette Challenge sein für Leute, die es mögen, aber... Ich bin halt gewöhnt, dass ich einen Mond kriege. Und der Mond heißt wieder volle Heilung. Und dann kann der nicht... Natürlich spiele ich auch ein bisschen defensiver, wenn ich das weiß. Wollen wir mal schauen, was der verrückte Hut-Typ jetzt bringt. Wobei der, weil ich eigentlich finde, der ist einer von den leichteren. Wir haben am Rand stellen, Kappe um sich kreisen lassen und dann auf ihn zu gehen. Irgendwann trifft er in die Kappe. Vierte Etage. Ja, was habt ihr da zu bieten? Also, du... Deine Freunde habe ich ja schon ausgelöscht. Ich muss schon sagen, die ganze Zeit lief alles perfekt. Wir haben alles gemacht, womit Bauer es uns beauftragt hatte. Und dann hast du dich eingemischt und alles zunichte gemacht. Niemand wird uns nach dieser Pleite noch Aufträge erteilen. Was das für dich heißt? Ja, du wirst es dafür bezahlen. Mit Zins und Zinsens-Zins. Ja, ist schön für dich. Den nämlichen Hut werde ich aber wieder so schnell abfangen, so schnell kannst du... Ach wie, der hat wieder zwei Hüte. Oh, das ist im All natürlich. Nein! Was zum... Oh Gott! Nein! Wieder so einen halben Millimeter daneben. So, jetzt Kamera... Jetzt aber! Bam! Okay, wenn er jetzt nicht tausend Hüte daraus macht, ist das glaube ich gar nicht mal so schwer. Okay, gut, man kann nicht... Man kann nicht ja, wenn man neben dem Kopf hüpft... Okay, gut, ich fresse ein Herz. Ist mir jetzt scheißegal. Ist mir jetzt scheißegal. Ich mache den Scheiß nicht nochmal. Ist mir einfach zu blöd. Ja, genau! Es wirft doch noch die Hüte an seinem Unmöglichkeitsmodus. Aber wieso sieht er mich da nicht? Das ist schon etwas... Lähm! So, jetzt fress wirklich kein Herz mehr. Versprochen. Was zum... Hüpfen! Weil wenn man ihn drauf hüpft, dann beendet er seine Attacke. Jetzt kannst du Hüte werfen, wie du willst. Ich werde sie einfach abbrechen. Na gut, das hätte auch geklappt ohne ein Herz vom Peach zu fressen. Habe ich einfach so triggert von vorhin. Das war so... Ja, ich weiß, das ist Cheaten. Könnt ihr gerne anders machen. Aber mir ist das relativ scheißegal. Weil ich keinen Bock auf vier Bosse zu machen. Vor allem, ich hasse Bosse. Aber ich mag es nicht, wenn sie zu leicht sind. Aber auch nicht, wenn sie zu schwer sind. Und auch wenn ihr jetzt Leute darüber aufregen, ist mir scheißegal. Komm, Geld, 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 Geld! Weh, nein. Da bringst du dich jetzt nicht um, Mari. Sonst eskaliere ich komplett. Erstmal raus und dann war es das hoffentlich. Aber jetzt kommt jetzt hier noch irgendein Boss. Wobei, Bowser ist ja weg. Ich finde, sie haben auch gesagt, sie arbeiten nicht mehr für Bowser. Heißt im Umgeschluss, Bowser kommt jetzt sicher nicht. Da würde ein Herz liegen, schön. Schön, dass man da ein Herz... Muss ich jetzt den ganzen Turm einfach nur nach oben laufen? Das ist nämlich ziemlich langweilig. Oh ne, da ist eine Röhre. Aber dann nach hinten, nach hinten geht es noch weit... Bist du dumm? Wieso gehst du da rein? Ich wollte noch weiter gehen! Oh nein! Hui, hui, hui! Hä, setzen wir dir mein Ende, ungebetene Gäste. Hat niemand gerne. Haben die das Teil geupgradet oder täuscht das? Vor allem das Teil hat ja vier Phasen. Richtig sexy auf jeden Fall. Ach, diese Hammer-Wichser dazu. Ja, geil! Ach so, das muss ich euch jetzt mit den Hammer-Viechern machen. Schau mal hier da. Kann ich mit euch die Bomben zurückwerfen? Nein, kann ich nicht. Moment mal. Moment mal. Soll ich etwa mit den... Soll ich etwa da mit denen hier abwerfen oder... Ach! Ach so, dann ist das gar nicht zu wild. Aber wie komm ich jetzt da rauf? Ach so, die Viecher können ja enorm hoch springen. Außer man sieht wie ein Mond. Äh. So, deine dämlichen Kuppel wird jetzt einfach mal kaputt gemacht von deinem Hammer-Bro. Okay, dann ist das... Ist ja gar nicht zu schwer. Wobei, ich weiß nicht wie er jetzt ausrastet. Also demnach... Hat er ob da eine Rage-Phase oder... Ja, er hat diese Phase wo er so durch die Gegend latscht. Aber die sollte er erst recht am Mond kein Problem darstellen. Los, geh kaputt! Hä, sorry, aber das ist wirklich... Einfacher finde ich. Vor allem wenn du mit diesen Viechern einfach viel leichter was machen kannst. Also ich finde es einfacher. Okay, ich finde es wirklich einfacher. Außer jetzt macht er dieser dämliche Regenbogen-Attacke. Weil der eher komplett raged. Und das ist jetzt die zweite Phase. Okay, wie oft macht er diese dämliche Attacke? Man muss ihn eigentlich nur einfach in eine Richtung locken. Und immer wieder schön im Kreis... Laufen. Jetzt hat er sich aber wieder beruhigt. Oh fuck! Das habe ich vergessen. Das gibt es ja auch noch. Zusätzlich zum dämlichen herumgehen. Was zum... Fick dich! Du musst sterben, du musst sterben! Yes! Was? Moment, was? Was? Also macht wieder das hier? Kannst du haben, wenn du das unbedingt willst? Wir schaffen das! Natürlich schaffen wir das! Toll, die haben aber wieder spawnen aber auch wieder. Und ich weiß nicht, was jetzt bei einem abgeht. Aber na klar, muss ihm mal richtig fallen, dass man ihn auch attackieren kann. Ich dachte, jetzt kommt noch so eine Spezialphase bis mir eingefallen ist. Das war ja beim Original auch so! Geh doch weg da! Bomben, 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 bomben! Stell dir vorhin in der Bombe am Kopf fällt. Yes. Kaputtet. Und jetzt fällst du wieder. Nein, komm, geh da rauf. Nein, mach jetzt keinen Blödsinn. Koppel, koppel, koppel. Brauchst du nicht mehr. Die nutzt dir nichts. Wie hat den übrigens wieder geflickt, den Roboter? Den habe ich doch schon mal zerstört. Den wieder zusammengeklebt mit Uhu oder wie. Naja, er ist genauso ein hässliches Feuerwerk wie das letzte Mal. Das muss man ihm lassen. Und es gibt sogar einen Multimond dafür. Schön, und speichern wäre auch ganz nett. Würde mich noch viel mehr freuen. Ist aber auch einer von 24 Monden. Heißt aber auch zu den Spezialwelten Schwierigkeit aufweisen. Multimond für dich. Ankunft am Kaninchenkrater. Ja gut, dann zurück zur Odyssey würde ich sagen. Ich bin mir sicher, es gibt etwas Neues hier. Äh, Mario, was ist mit dir los? Ist das dein Planet, oder? Du hast Königskrone und Königsoutfit erhalten. Ja, der Mario ist jetzt der Boss. Die Odyssey will nur noch 213 Monde. Um ins letzte Gebiet zu kommen, oder wie? Äh, die sammle ich aber sicher nicht in der Aufnahme. Die sammle ich off-cam. Ach. Jetzt gibt's da schon zwei Kabel. Moment mal. Kann der König vielleicht ein bisschen mehr? Kann ich jetzt das hier kaputt machen? Das hier ist verschwunden. Das erklärt so einiges. Mach mal hier die Tür auf. Lass mich rein, auch wenn du ohne Käppi. Das werden mich nicht in den Regen. Da ist aber nicht Mondjump, oder? Nein, das Normale. Das ist normal. Achso, scheiße. Ich habe ganz vergessen. Ich kann sicher nicht verwenden die Kugel, Willis. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur leben. Ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich lebe. Dummheit. Einfach nur Dummheit. Ja, egal. Das machen wir nicht nochmal. Da vorne sehe ich ja schon den Schlüssel. Beispielmäßig, da unten verbirgt sich irgendwo eine eine Mond. Eine Mond. Gute Deutsch. Nein, geh doch da! Wieso konnte der da nicht draufgehen? Und von wo ist da noch ein Mond versteckt? Schauen wir gleich mal nach. Dass es da unten einen gibt, ist ja kein Geheimnis. Hier gibt es ja sogar ziemlich safe einen. Wieso hat das... Ich habe mich geduckt vorhin. Aber egal. Sterb halt tausendmal. Das ist ja... Das ist ja scheinbar wurscht. Und wir sagen, wir suchen jetzt erstmal das Normale. Oder nicht? Das machen wir allgemein in der nächsten Folge. Von Super Mario Odyssey. Lass da noch mal da, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen. Schaut beim ganzen Social Media. Mieterkram vorbei. Danke fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Ciao. Und da ist ein Schlüssel. Los, gib ihn mir. Sexy. Und jetzt... Ach, scheiße. Ich soll doch noch zurückkommen, oder wie? Und ich muss vor diesem Bullet Bill flüchten. Und dann wird der Schlüssel auch wieder weg. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. I'll be your one-up girl